Redo-Versum. Akt 2. Ein fiktionales Werk verschiedener Autoren mit Charakteren aus Runeterra. Folge 6. Die Schwarze Rose. Zu Besuch in der Hölle. Von Mike Cyrus. Auch wenn es bereits Jahre her ist, seit das Zepter der Regentschaft, der Blutlinie Darkwilds, entrissen wurde, gibt es immer noch Menschen, die sich den Konsequenzen nicht bewusst sind. Jericho Swain hat die Regentschaft nicht an sich gerissen, weil er es wollte, sondern weil er es musste. Feinde, deren Zahl selbst an allen Händen der noxianischen Armee nicht abzählbar ist, tummelten sich überall. Selbst die damalige Regentschaft war ihren Machenschaften anheimgefallen. Daher musste jemand Noxus von den Fäden befreien, die das Land, den Staat und schlussendlich auch die Nation wie Marionetten führten. So kam es dazu, dass Jericho Swain in dieser verhängnisvollen Nacht den Thron von Noxus in das Blut seines rechtmäßigen Eigentümers tränkte und nur wenig später auch sein Erbe das Licht des Diesseits aus den Augen verlor. Nun, Jahre später, hat sich unter dem Mörder der Krone eine neue Regierung beweisen können, doch die düsteren Mächte von damals nagen noch immer an den Fundamenten von Noxus. Einige von ihnen erfuhren durch die Trifariks das Recht, ihr Wort in Recht und Gesetz zu gießen, doch all die Mächte, deren Wurzeln sich weit außerhalb der Mauer noxianischer Städte befinden, waren durch die neue Regentschaft nicht befriedet. Doch Swain war sich diesem stets bewusst und sah in diesen Feinden sogar eine Chance. Eine Chance, die Loyalität derer zu prüfen, die die Darkwill-Dynastie untergruben. Die unter der frühen Regentschaft unterdrückten Attentäter-Clans waren vom Tag der Machtergreifung damit beauftragt, alle diejenigen ausfindig zu machen, die an Noxus zweifelten. Jedes Wort, das die Grenzen verlassen würde, sollte Prüfung erfahren und jede Zunge, die sich gegen Noxus stellte, sollte neben ihrem Besitzer zu Grabe getragen werden. Selbstverständlich folgten die Clans diesem Befehl, doch wussten sie ebenso wie Swain selbst, dass diese Worte eine Utopie waren. Die Zukunft sollte jedoch zeigen, dass selbst eine solche Utopie für Noxus greifbar war. Wenige Jahre nach der Machtergreifung hatte sich in einem Außenbezirk von Noxus ein eigentümliches Gefangenenlager erhoben. Hinter den dicken Mauern und massiven, eisernen Toren waren jedoch keine Personen, die irgendein Militär dieser Welt für würdig empfunden hätte. Es waren keine Attentäter, Soldaten oder Magier. In diesem Lager waren für das ungeschulte Auge lediglich ärmlich wirkende Gestalten. Sie waren lediglich rudimentär mit Trinkwasser und Nahrung versorgt. Dieser Ort war für alle eine Hölle, die ihn nicht verlassen konnten, und von solchen mangelte es keineswegs. Dieser Ort war das Lager Gehenna. An diesem Ort lebten diejenigen, deren Zungen nicht neben ihnen zu Grabe getragen wurden. Verräter, Spione und Saboteure. Niemand der hier Gefangenen konnte es mit den Wärtern aufnehmen, doch jeder Einzelne war eine beachtliche Gefahr für das Reich, das Swain geschaffen hatte. Nachdem am vergangenen Tag erneut einer der Attentäter-Clans mobilisiert werden sollte, um demassianische Spione festzusetzen, sollte es dieser Tag sein, an dem sich dieser Clan mit Worten an Gehenna wandte. Cyrus Amicus, stellvertretender Anführer des beauftragten Clans, traf, wie es vereinbart war, am Morgen des Tages vor dem mächtigsten aller Tore von Gehenna ein. Als es sich nur wenig später, begleitet von einem einschüchternden metallischen Toben öffnete, trat ihm sichtlich die Angst ins Gesicht. Er war sich zwar bewusst, dass er nur gekommen war, um mit jemandem zu reden, doch bereitete das eindrucksvolle Geschehen erneut aus, was es bedeutete, sich gegen Jericho Swain und die Trifarix zu stellen. Er selbst war nicht viel besser als alle die Gefangenen, die sich in den Mauern tummelten, war doch das, worin er am besten war, die Informationsbeschaffung. Bevor er sich aufmachte, das nun offene Tor zu durchqueren, atmete er noch einmal tief durch. Er hatte nichts zu befürchten. Überhaupt nichts. Das redete er sich mehrmals ein, bevor sich seine Beine daran machten, ihn über die Schwelle nach Gehenna zu tragen. Wenige Minuten später, die er unter der Führung eines jungen Wärters verbrachte, stand Cyrus vor der Tür seines Ziels. Vorsichtig klopfte er an die eiserne Tür und wurde nur wenig später hereingebeten. Nach Betreten des recht karg eingerichteten Büros schloss der junge Wärter hinter Cyrus die Tür und ließ ihn gemeinsam mit einem älteren Mann und einer jungen Frau allein. Schlussendlich sollte die drückende Ruhe, die sich durch das Verlassen des Wächters ergeben hatte, durch die Bitte des Mannes beendet werden, sich zu setzen. Bevor man mir vorwirft, unhöflich zu sein, möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Lucius Warden und die junge Dame, die zu meiner Rechten steht, ist meine Tochter und, sagen wir, Versicherung Alicia Warden, erklärte der ältere Mann. Auch wenn er die ganze Zeit gesessen hatte, verströmte er eine wahrhaft machtvolle Präsenz, die nicht unwesentlich durch die Vielzahl an Narben unterstützt wurde, die seinen Kopf und seine Arme zierten. Lediglich seine etwas unstimmige Haltung wies darauf hin, dass er kein aktives Mitglied der militärischen Elite war. Seine Tochter war in Anbetracht der raumfüllenden Präsenz ihres Vaters wie ein Geist. Hätte sie am Rand des Raumes gestanden, wäre sie Cyrus nicht einmal aufgefallen. Doch auch so war sie das Kompliment ihres Vaters. So war ihre Haltung und Kleidung eindeutig die eines fähigen Kämpfers, doch ihre Statur war keineswegs dementsprechend. Weder wirkte sie besonders athletisch noch von besonderer Stärke, doch Cyrus wusste nur zu gut, kein Buch nach seinem Einband zu bewerten. »Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin«, begann Cyrus die Vorstellung seines Gegenübers zu erwidern, bevor dieser ihm ins Wort fiel. »Mach dich locker, mein Junge!« Mit diesen Worten griff Alicia auf seine Schulter, worauf dieser zu ihr aufsah. »Gewohnheiten wird man wohl in meinem Alter nicht mehr los.« Er wendete sich wieder von ihr ab und fuhr fort. »Da sag ich eben, dass ich nicht unhöflich sein will, und die nächste Aktion ist, dass ich jemandem ins Wort falle. Ich hoffe, man nimmt's einem alten Mann wie mir nicht übel, Marotten zu haben. Was ich jedenfalls sagen wollte, entspann dich. Ich will dir nichts Böses. Ich weiß, das alles hier ist sehr bedrückend, und vor allem für Leute wie dich muss es wirklich schwer sein, hier zu sein. Ich verstehe, dass viele der Gefangenen von Gehenna hier sind, weil sie genau das gemacht haben, was du auch tust, aber verstehe eines. Du stehst auf der richtigen Seite der Gitterstäbe und Mauern. »Doch alles, was ich über die Umstände dieses Besuchs aufschnappen konnte, sagt mir, dass diejenigen, vor denen du Angst haben solltest, dir weit näher stehen, als du es wahrhaben willst. Aber wir schweifen vom Grund deines Besuches ab.« Lucius lehnte sich zurück und öffnete seine bis dato sehr verschränkte Haltung, bevor er erneut auf Cyrus einging. »Dass sie überhaupt in meinem Lager untergebracht ist, hat mir schon einige schlaflose Nächte eingebracht. Doch ich ging immer davon aus, dass sie niemand aufsuchen würde. Selbst wenn es jemanden geben sollte, hatte ich mir immer gesagt, ich konnte jeden Besuchsantrag verwehren. Aber Cyrus, ich dachte, dich zu kennen, doch du scheinst ein wahrhaft überzeugender junger Mann geworden zu sein. Nicht nur hast du jemanden gefunden, der fähig ist, einen solchen Antrag zu stellen, sondern du hast es mir unmöglich gemacht, den Antrag zu verwehren. Cyrus stutzte etwas. Er wusste zwar, wen er darum gebeten hatte, ihm diesen Besuch zu gewähren, doch war es niemand, der in der Öffentlichkeit stand. Wenn Lucius wirklich jeden zurückweisen wollte, so hätte er sicherlich auch ihn zurückgewiesen. Nach kurzer Zeit gab er seiner Neugierde nach und fragte, warum? Man lehnt die Regenten nicht ab, Cyrus. Wie auch immer du es gemacht hast, doch der Regent der Intrige bürgt für deinen Besuch. Erneut füllte Ruhe den Raum und selbst die bis dato versteinerte Miene von Alicia zeichnete Spuren von Schock und Überraschung. Wenig später erhoben sich die beiden Herren von ihren Plätzen und verließen mit Alicia, die während der gesamten Zeit neben dem Platz ihres Vaters gestanden hatte, den Raum. Erneut trat Cyrus durch die breiten Gänge, die schon fast wie kleine Straßen in einer noxianischen Siedlung wirkten. Rechts und links hüllten massive steinerne Wände und schwere eiserne Gitter die Zellen und eine Masse von kraftlosen Blicken folgten dem Weg der Drei. Einige hundert Meter später rastete die kleine Gruppe vor einer gewaltigen Treppe. Wie auch alles andere, das Cyrus erblicken konnte, war auch sie aus Stein und Eisen gefertigt worden, doch eine Sache sollte sich von hier an ändern. Wo bisher das Licht der Sonne die Gänge und Gassen erleuchtete, waren es am Ende der Treppe Fackeln und Feuerschalen. Für Cyrus, der bereits das, was er bis hier gesehen hatte, als eine Hölle empfand, erhob sich nun eine neue Welt. Das, was dort unten war, ließ alleine durch seinen Anblick die oberste Ebene von Gehenna wie ein Paradies erscheinen. Tobende, wehklagende Schreie quillten neben all den Bildern in Cyrus' Gedankenwelt. Lucius erkannte recht schnell, dass das, was vor ihnen lag, einen sichtlich negativen Eindruck auf seinen Gast hatte, doch hob er noch einmal hervor, dass diejenige, die er besuchen wollte, dort unten war. Langsamen Schrittes traten die drei die steinerne Treppe hinab, während Cyrus' Gefühlslage sichtlich in gleicher Weise niederging. Am Ende der Stufen angelangt, trafen sie auf einen der Wärter, der seinen Respekt durchs Salutieren zum Ausdruck bringen wollte. Eine Weile des Weges später sollten die drei ihr Ziel erreichen. Ein eindrucksvolles Gittertor verbarg eine schlecht ausgeleuchtete Zelle, die anders als viele der anderen keinen einzigen Laut zur Masse beitrug. Nun dann, Cyrus, hier sind wir. Doch bevor wir eintreten, habe ich in Anbetracht deines Verhaltens eine Frage. Weißt du, wen du hier besuchst? Cyrus nickte vorsichtig mit dem Kopf. Die Scharlachose. Lucius lachte kurz aus vollem Herzen, bevor er sich schlagartig beruhigte und mit ernster Stimme erklärte. Ich wusste schon, dass dein Vater dieses Wissen von dir fernhalten wollte, aber es ist dennoch tragisch, dass er es bis heute nicht gewagt hat, es dir zu sagen, Cyrus. Hast du dich nie gefragt, warum der Amikus-Clan trotz seiner Verstrickungen in so viele verschiedene Größen des noxianischen Lebens als Attentäter-Clan angesehen wird? Ich meine, du selbst bist kein Attentäter, dein Onkel ist noxianischer General, dein Vater ist Händler für Kriegsbeuten und Reliquien und auch ansonsten gibt es in deinem Clan nicht wirklich viele Leute, denen man ankreiden könnte, dass sie Attentäter seien. So sehr hatte Cyrus sich das noch nie vor Augen geführt. Er hatte sich bis dato immer gedacht, dass es ein etwaiges Überbleibsel aus der Darkwill-Dynastie war und dass in den Reihen seiner Ahnen eine Vielzahl von Attentätern waren, doch nun, nun war er sich dem nicht mehr so sicher und so wunderte er sich. Wer war die Scharlachose? Wer war hinter den Gittern, vor denen er hier stand?